Wie kommt der Räucherfisch in den Laden? Frisch von uns verarbeitet, geht's gesalzen direkt in unseren Räucherofen. Ist der Fisch fertig, machen wir uns umgehend ans Vakuumieren, um die maximale Frische festzuhalten. Dann warten auch schon die Kollegen, um alles zu etikettieren. Anschließend landet dann alles zum Verkauf in der Auslage, um von euch verköstigt zu werden. Vakuum verpackt bringt nur Vorteile mit sich. Lange haltbar, schmeckt auch noch nach zwei Wochen wie am ersten Tag, der geliebte SUV bleibt sauber und geruchsneutral und man kann größere Mengen problemlos einfrieren. Also, keine Angst, professionell verpackt heißt nicht immer gleich Industrie oder die haben das doch fertig eingekauft. Die richtige Technik und handwerkliches Können machen es möglich.